Als ich gesagt habe, dass ich null Kontakt mehr zu dir habe, wo das auch die Zeit war, wo wir keinen Kontakt haben. Bestimmt war der da richtig mad. Ja, der war da richtig mad danach. Der hat sich selbst geritt so, Gott, ihr Brüdi, keinen Kontakt mehr. Digger, aber das Fakt hat schon mega abgefragt, weil ich habe den Kommentar halt gelesen, ne? Das war halt. Und dann habe ich mir so gedacht, Digger, really? Nee, ich, wenn, da will ich meine eigene Community, man könnte sich vielleicht, wir könnten, hätten locker bis 5 zusammen einen Channel machen können, ne? Aber da wären nie aktiv Videos draufgekommen gewesen. Und ich hol mir das von Geld bis Geld. Ich habe dir 4 Gold gesaved. Ja, also, falls du dieses Video sehen wirst, nimmst du gerade auf, weiß ich gar nicht. Ja, ich glaube ja, keine Ahnung. Also, falls du dieses Video sehen wirst, weißt du schon mal, mir hätte vielleicht irgendwas passiert, aber trotzdem werden wir uns auf unserem Hauptkanal dann, ich glaube, selber am meisten fokussieren. Okay, gerade, Gotti, jetzt muss er einen eiswerfen, K. Telefon, nice one. Gotti, Telefon. Ich weiß. Drangehen, oder? Was? Gotti, unser Bett ist weg. Bist du tot? Nein. Okay, jetzt geh ans Telefon. Mikrofon muted. Yo. Verwackelt. Ja, dann fotografiere ich dir jetzt gleich nochmal ab, wenn ich fände. Ja. Gotti, lebt sie aber noch. Ja. Ach, Gotti. Ich bewege dich noch. Ich bin gestorben, Gotti. Gotti. Gotti, Gotti. Aber nicht, weil es so schlecht geschrieben ist, oder? Gotti. Gotti, okay. Achtung, verdorben. Und verdorben. Gott, okay. Gott, okay. Ja, dann mach ich's gleich mal auf, für dich. Okay. Okay. Gotti. Du hast keinen Stick gekauft, dumme Entscheidung. Dumme, dumme, dumme Entscheidung. Ach du, der springt, der springt, der springt, der springt. Jetzt. Hab ich dir gesagt? Hallo, Mama. Ich hab jetzt gerade, ich hab jetzt gerade, die während des Telefonierens einfach mit einer Hand gereckt, ne? Ich hab's gesehen. Ich hab auch noch gesagt, immer so, wann einer springt und so. Ich hab dich ja gemütigt gehabt, ne? Ich hab dich gar nicht gehört, weil mein Vater halt am Telefon war und der dich sonst die ganze Zeit gehört hätte und ja. Hallo. Ich hab sogar gesagt, hallo, Mama. Ja, blöd, die Aufnahme kann man jetzt auch schon wieder nicht nehmen, weil du mitten in der Aufnahme angerufen wurdest. Doch. Doch, kann ich nicht. Ja, genau. Geh halt mitten in der Aufnahme ran. Und das hört man jetzt auch noch, was wir gerade labern. Gotti, wreck. Ja, du wreckst die. Määh. Oh, scheiße. Gotti, da kommst du nicht raus. Hinter dir musst du den Block abbauen. Gotti, hinter dir Block abbauen. Nix da. Gotti, das war aber jetzt schon wieder übertrieben harter Skill, weißt du das? Lauf einfach, zieh, 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 er ist hinter dir. Gotti, kotzen, 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 kotzen. Ich schockt sie da. Wie viele Herzen hast du noch, weil du zickzack läufst, Gotti? Das macht jeder Bandballspieler, wenn er low ist. Ich hatte einfach sieben Herzen. Oh, bitte schick mir auch mal diesen Autotext. was ich nicht so bitte schick mir auch mal die Wandahl sind. Vielen Dank.